Hast du auch manchmal das Gefühl, also das letzte Beispiel, das hast du wahrscheinlich auch schon mal behandelt, sodass wir in einer Simulation leben. Dass das alles, ja, ich weiß nicht, nicht echt ist, sondern alles irgendwie simuliert. Ja, also gut, wenn man jetzt halt diese klassische Simulationshypothese sich anschaut, da geht es ja dann immer darum, dass irgendeine höhere Spezies diese Simulation geschaffen hat, also wie jetzt bei Matrix oder so, dass eine höhere Spezies diese Simulation geschaffen hat und wir, ja, sozusagen in dieser Simulation nur leben. Aber man kann es ja auch von einer anderen Ebene betrachten. Es gibt ja zum Beispiel so eine Theorie, dass, oder ich weiß nicht genau, wie das ist, also alle Informationen beim schwarzen Loch sind, alle Informationen von der Materie, die reingestützt sind, sind auf der Oberfläche des schwarzen Lochs gespeichert sozusagen. Also zweidimensional sind diese Informationen des Dreidimensionalen gespeichert so. Und so in die Richtung könnte man sich das ja auch ungefähr alles denken. Ja, solche, also ich beschäftige mich gerne mit solchen Theorien, weil ich denke so, es ist halt irgendwie geil, darüber nachzudenken, dass es ja alles sein könnte. Also klar, es ändert jetzt nicht viel, man kann es jetzt nicht überprüfen und so. Also zumindest noch nicht, vielleicht irgendwann. Aber es ist halt geil, darüber nachzudenken, weil man sich dadurch dann richtig bewusst wird, wie absurd das eigentlich alles ist. Also dass wir nicht mal wissen, ob wir in einer Simulation sind. Also es könnte halt alles sein. Und das finde ich halt sehr, sehr spannend. Oder auch, dass der Tod, also jeder Mensch ist ja irgendwann mal mit dem Tod konfrontiert und den Tod gibt es schon seit Menschen gibt oder schon länger, weiß ich ja auch nicht. Und dass das eben auch so ein Mysterium ist, wo man nicht weiß, was kommt wirklich nach dem Tod, was passiert mit einem. Ja, das kann auch ziemlich erschüttern. Also da hatte ich auch schon einige Momente in meinem Leben, wo ich halt wirklich meine Endlichkeit selber richtig begriffen habe. Aber also klar, man ist es im Verstand immer, ist es einem immer bewusst. Also natürlich weiß man, dass man nicht ewig lebt. Aber das ist jetzt gerade im Moment zum Beispiel, ich rede jetzt darüber, aber trotzdem so richtig begreifen kann ich das nicht, was das bedeutet gerade in diesem Moment. So, aber manchmal hat man diese Momente. Jeder hat das, glaube ich, irgendwann mal im Leben, wo man das wirklich begreift, dass man irgendwann endet. So, und das kann einen schon so, also ziemlich krass erschüttern. Aber das bringt einen dann wiederum, diese Existenzkrisen, die man dadurch erlebt, bringt einen, das bringt einen dann wiederum zu ganz neuen Perspektiven, die man auf das Leben bekommt. Zum Beispiel, wenn man dann auch diese Existenzkrise überwunden hat, ist man viel dankbarer für das Leben, das man jetzt leben darf. Und dadurch erlebt man auch wirklich das Leben und ja, vegetiert nicht nur so vor sich hin. Was ja viele heutzutage leider machen, dass sie halt einfach nur versuchen, sich von allem möglichst irgendwie abzulenken. Der nächste Dopaminschub durch Social Media oder die nächste Serie, die man anfängt. Ja, das ist ja der Alltag leider bei vielen mittlerweile. Ja, da hilft einem auch wieder das Bewusstsein raus. Aber da gibt es ja auch diesen Spruch, also ich kriege ihn, glaube ich, nicht mehr ganz hin, aber man kann erst richtig leben, wenn man mal gestorben ist. Also wenn man mal begriffen hat oder wenn man, ja, ich kann es jetzt nicht so richtig gut paraphrasieren oder interpretieren, aber dass man dann eben, wie du sagst, viel dankbarer ist, am Leben zu sein. Weil man dann schon gecheckt hat, okay, es könnte bald vorbei sein oder es ist endlich. Und das macht das Leben ja auch eigentlich lebenswert im Großen und Ganzen, dass es vorbeigeht. Ja, also ich weiß nicht, ob es von wem der Spruch war, aber ich meine mich zu erinnern, dass es so einen Spruch gibt in die Richtung, Philosophie heißt sterben üben. So, dass man eben, ja, sich, also wie ich es gerade schon gesagt habe, der eigenen Endlichkeit krass bewusst wird. So, und wenn man dann, wenn man, es gibt ja, es gibt doch auch diese, das lese ich immer öfter so bei Social Media, wenn der Ruf einmal ruiniert ist, dann lebt es sich relativ frei. Das gibt es ja, so diesen Spruch, also wenn man, ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich recht ungeniert oder sowas. Und so kann man es halt auch mit dem, mit dem Sterben. Also wenn man halt wirklich mal innerlich gestorben ist und sich klar macht, okay, irgendwann ist die Welt, also, also da ist alles, was ich jetzt gemacht habe, vergessen. So, das ist völlig irrelevant. Das ist völlig egal. Also wenn man jetzt mal, klar, so einige Jahre, nachdem man gestorben ist, sind dann vielleicht noch die, die Verwandten und so weiter und so fort. Aber irgendwann ist es halt völlig bumpe, was du jetzt in diesen 80 Jahren, die du dann gelebt hast, gemacht hast. Und dann lebt es sich halt wirklich frei.